Flamingo Joes Flamingo Joes Flamingo Joes Er sollte wirklich auf das Tempo drücken. Der Hai wird das Tempo anziehen müssen, um die Nase fortzuhaben. Sicher. Aber kann sie diese Leistung bei den Spielen in Paris 2024 wiederholen? Und los geht's! Durch das vorherige Trödeln wirkt dieser Fisch müde. Die Schwimmform des Hais hat sich wirklich verschlechtert. Was für eine Schnelligkeit! Privatstrände erinnern uns daran, dass die Illuminaten mit ihrer List ihr Ziel erreicht haben. Und dass wir alle zu unterwürfigen Regelbefolgern geworden sind. Der Hai kommt mit voller Kraft aus dem Tor! Der Hai schwingt die Schwanzflosse wie einen Propeller. Man beachte, wie sie ihre Flossen in verschiedenen Winkeln positioniert und den Wasserfluss um sich herum verändert. Das ist ein wahrer Genuss für alle eingefleischten Schwimmfans. Genau wie bei einem Sprüche-Kalender war das inspirierend. Und weg ist sie! Durch die Reduzierung des Widerstands kann der Hai minimale Energie in maximale Geschwindigkeit umsetzen. Was für eine Entschlossenheit! Das ist kein optimales Renntempo! Schwimmen ist eine alte Disziplin und dieser Hai hat sie gemeistert. dass sie ihre Flüge ... Kapitel des Widerstands WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR Das war's für heute. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020